Der Quartiersmanagement Der Verein Freunde Neukölln ist der Partnerschaftsverein für unseren Bezirk und wir haben Gäste aus Puschkin, Puschkin und der Partnerschaft in Russland, denn Sie wissen ja alle, so etwas ist nicht zu machen, ohne dass man sehr, sehr viele Helfer hat. Ich habe im Verein den Olaf Kran als Helfer, er ist der Beauftragte für alle Sachen, die mit Puschkin zusammenhängen, mit dem russischen Tatverstand und ich habe stellvertretend für alle die Pursauer jetzt hier vorgebeten, dass Sie hier auch als Helferin hier im Hause bei uns jetzt steht, denn auch hier im Haus läuft alles nichts für nicht der Beirat und sehr viele andere Helfer, die nicht im Beirat sind, da sind und den anderen ist also nochmals herzlichen Dank. So, der Dieter hat ja schon viele Frau rausgenommen. Ich kann Ihnen verraten, dass wie der Chor am 2. Dezember von Puschkin abgefahren ist, 20 Grad Minus hatte. Wir haben uns standhaft gewährt, dieses Jahr also diese Kälte zu übernehmen, haben es nicht mehr ganz geschafft. Also so langsam haben wir sie ja bald einholen mit 10 Grad, aber die Russen haben also auch drüben derzeit in St. Petersburg auch plus 10 Grad. Sie haben eine lange Reise hinter uns, hinter sich, das heißt also über 48 Stunden im Bus sitzend und haben den langen Weg von Puschkin nach hierher gefunden, um Sie, um uns alle zu erfreuen. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt lieber mal an, ehe ich weiter quatsche, überzeugend Kalinuska. Und ich würde mal an, ehe ich weiter. Und ich würde mal an, ehe ich weiter. Musik 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 Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, wie es immer so ist, wenn es am schönsten ist, muss man am besten aufhören. Sie waren ein wunderbares Publikum. Wir wollen uns recht herzlich bedanken. Wir wollen uns auch... Also nochmal, Sie waren ein recht gutes Publikum. Wir wollen uns recht herzlich bedanken. Wir wollen uns auch recht herzlich bedanken bei Kaninuschnack. Ihnen gekürzt natürlich auch einen Beifall. Macht man ja nicht selber, aber es ist so, Sie haben prima mitgetanzt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für Sie nochmal, da sind 15 Portionen Kuchen. Die können Sie bitte mitnehmen nachher. Alufolie wird zur Verfügung gestellt. Das noch am Rande. So, wir werden unsere Freunde jetzt wieder in Klassenhausen. Sie fahren ja auch bald wieder ab. In Putschni ist es, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen kälter. So, dass es Ihnen gefallen hat, habe ich gemerkt. Ich sage einfach, do se Daniel. Auf Wiedersehen. Sie wollen noch nicht? Dann müssen Sie was für tun. So, wir wollen uns auch nicht? Dann können Sie was für tun. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018